Wenn der erste Schnee fällt, ist das ein großer Einschnitt in der Wohnsiedlung. Der Parkwächter Eduard Albert Roja türmt am Fuße des Hügels Strohballen auf. Die Ballen dienen als Begrenzung für rodelnde Kinder und bei ausreichendem Schnee würde das Treiben der Kinder vom geheizten Wärterhäuschen aus überwachen können. Dalibor, der Postler, rutscht mit Bergstiefeln und Winterreifen bei Glatteis über den Asphalt. Laurin Sanfoss, der Mann am Meer, kann nicht mehr mähen. Frau Hoffner-Hanke, die Dame an der Hecke, kann nicht mehr im Grün wüten. Sigmar Söcke schaut verträumt den Schneeflocken zu, die das winzige Stück Grün vor seinem Fenster langsam zudecken. Tamasch hat sich in seinen Lammfellmantel gehüllt, die Hände in den Taschen vergraben und einen Schal um den Hals geschlungen. So bleibt er unabhängig von den Jahreszeiten in seinem pensionierten Tun. Sein Anblick ist leidend, die Mundwinkel deuten zu Boden, der Blick ist sorgenvoll, das Warten ist mühsam, aber notwendig. Er hart aus auf dem Gehsteig, bei Schnee noch etwas sorgenvoller als bei Sonne. Er wartet, tritt von einem Fuß auf den anderen, geht einen Schritt vor, einen wieder zurück, manchmal auch im Kreis. Langweilig wird ihm nicht, denn er hat eine Aufgabe. Wenn der Kater zurück ist, werden sie sich in die warme Wolldecke hüllen und Tamasch wird ihn befragen, was heute los war in den Vorgärten der 30er-Zone. Der Kater wird auf seinem Schoß schnurren, während er sich die Fragen selbst beantwortet. Ein Auto braust mit hoher Geschwindigkeit um die Kurve. Tamasch ärgert sich über den rücksichtslosen Raser. Soll er den Weg des Autos zurückgehen? Soll er nach seinem Kater suchen? Nicht auszudenken, was solch ein rücksichtsloser Fahrer alles anrichten könnte. Aber was ist, wenn er gerade um die Ecke gegangen ist und der Kater kommt von der anderen Seite zurück und findet ihn nicht vor? Tamasch bleibt, wo er ist, mit leidvollem Blick. Der Kater ist nicht zu sehen. Das geht so weit. Der blöde Kater geht jetzt nach Hause und gut ist. Mault es aus dem Off. Das kann man ja nicht mit ansehen. Sie können sehen, frage ich, um gebührenden Abstand mit dieser Stimme bemüht. Ich dachte, ich hätte es mit einer Stimme zu tun. Ich dachte, wir seien per Du. Du hast es mit mir zu tun, ganz einfach mit mir. Und ich lege mein Veto ein. Muss jede Stimme zwingend einen Körper haben? Ist das nicht ein wenig eindimensional für eine Schreibende? Wir sind ja nicht auf der Opernbühne. Für unsere Unterhaltung reichen ein, zwei Oktaven doch vollkommen aus. Oktaven. Es reicht auch gar keine Oktave. Keine Unterhaltung von meiner Seite wäre wünschenswert. Ich wäre gerne wieder mit meinen Gedanken alleine. Ich kann in der Stille sehr gut existieren. Ich verehre sie sogar, die Stille. Und wenn sie so freundlich wären, so nehmen sie die Krallen dieses Tieres unter dem Dach mit. Das Kratzen, Quietschen und Springen ist wenig inspirierend. Zur Kontrolle tippe ich auf meine Tasten, die sich nicht eindrücken lassen. Die gesamte Tastatur ist blockiert. Ganz wie ich es erwartet habe. Ich drehe den Computer ab, lege mir ein Blatt Papier zurecht und greife einen Stift. Zunächst den Kugelschreiber. Er schreibt nicht. Mein Füllfederhalter ist eingetrocknet, die Patronen nicht gefüllt. Der Bleistift ist stumpf, der Spitzer hilft mir auch nicht, die Mine ist mehrfach gebrochen. Der Filzstift liegt schon zu lange ohne Kappe herum, den brauche ich gar nicht zu probieren. Der Textmarker ist bis zum Verwurf nur eine kurze Überlegung wert. Ich stürze die Stiege hinunter, werfe die Tür ins Schloss und gehe zielstrebig in den nahegelegenen Park. Schnellen, energischen Schrittes, der sich in meinen angespannten Gesichtszügen fortsetzt, schreite ich den Weg entlang. Diese Stimme hindert mich zu arbeiten. Ich habe einen festen Platz in einer Tageszeitung zu bedienen und wandere stattdessen kopflos dahin. Mit der schlechten Laune alleingelassen drehe ich bereits die dritte Runde, als es allmählich dunkel wird. Die letzten Spaziergänger haben den Park schon verlassen, der Sperrdienst fährt die Zugangstore ab. Bei Einbruch der Dunkelheit ist der Park verregelt. Der Mann mit dem Schlüssel verrichtet seinen Dienst. Nach dem Haupttor hat er Feierabend und gönnt sich ein Bier aus der Flasche. Die Besucher des Parks können schließlich lesen oder sollten das zumindest können. Die Zeiten, in denen sein Vorgänger mit dem Fahrrad und einer Glocke in der Hand über die Wege und dann am Zaun entlang radelte, sind lange vorbei. Ein Foto vom Vorgänger, Gott hab ihn selig, hängt gerahmt in der Parkverwaltung und mahnt jeden Wächter der besseren, modernen Zeit. Jetzt ist er motorisiert und macht sich ab Viertelpunkt auf den Weg. Es wäre denkbar, alle Tore des Parks synchron zu schließen. Eine vermutlich simple Software würde sein Schlüsselbund ersetzen. Eine kleine Umrüstung der Tore, die allgemein geforderte Offenheit für den digitalen Wandel, könnte auch den Grünanlagen der Stadt guttun. Er, Eduard, könnte über eine App die Tore des Parks öffnen und schließen. Es gäbe dann auch keine zeitliche Verzögerung mehr von einem Tor zum nächsten. Und er könnte diesen Touch zweimal täglich von zu Hause aus durchführen oder besser noch programmiert durchführen lassen. Aber die Verwaltung sorgt sich um die Besucher des Parks, die in Gedanken im Grün abgetauchte Zeit verdrängen, keine Uhr am Handgelenk tragen und kein Handy in der Hosentasche schrillen lassen. Jene unzeitgemäße, die zu spät, dann aber verdutzt vor einer automatisch geschlossenen Türe stehen würden. Gibt es diese Spezies überhaupt noch? Wurde die nicht längst weg digitalisiert? Sie wurde. Die Unsportlichen und Alten müssten bei den Rehen übernachten. Die geübten Kletterer würden es mit dem Stacheldraht am oberen Ende des Zaunes aufnehmen. Die Sportlichen überwinden lieber das Tor. Ein etwaiger Kinderwagen könnte per Wurf in die Freiheit gelangen. Eduard grinst breit. Er denkt an den Landstreckenläufer, der jeden Morgen bei Parköffnung schnaubend vor dem Tor kleine Kreise dreht, während er auf Einlass wartet. Seit er Vater geworden ist, schiebt er einen gegen Wind und Wetter geschützten Kinderwagen vor sich her. Er selbst rennt aber kurzarmig und kurzbeinig 365 Tage im Jahr immer diesen gehetzten, schlecht gelaunten Zug um den Mund, dazu der Blick auf den Pulsmesser, den Schrittzähler und Blutdruck und Herzschlag über Wache am Handgelenk. Der Parkwächter könnte sich um einige Millisekunden verspäten. Das würde den ganzen Zeitplan des Läufers durcheinander bringen. Was ist, wenn das Baby im Wagen nicht mehr geschaukelt werden will und heftig zu schreien beginnt? Die Kopfhörer schützen den Läufer vor Ablenkung. Er würde diese störenden Geräusche nicht einmal wahrnehmen. Laufen soll eine Sucht sein, denkt Eduard Albert-Ruja, egal wie lächerlich manche dabei ausschauen. Süchtige gibt es einige im Park. Ein Park ist schon lange kein Ort der Ruhe und Entspannung mehr. Eduard atmet tief durch. Wäre er jemals in der Lage, eine App zu schreiben? Er ist froh, wenn er eine sogenannte App überhaupt bedienen kann, wenn seine Fingerkuppe den richtigen Touch auf dem Display findet. Das reicht dann in der Regel auch aus. Ploppt eine Frage auf, die man mit Ja oder Nein beantworten muss, wird es schon lästig. Eduard ist mit sich zufrieden, der die Leute gemütlich durch die Landschaft schlendern, während er schon drei von fünf Toren verriegelt hat. Schickt's euch! Wird knapp heut, zischt er dann leise durch die Zähne. Dann erwacht sein Kampfgeist und er gibt Gas. Nur ganz knapp vor dem Gongschlag ist das Haupttor dicht. Komme da noch, wer wolle. Sein Bier wartet. Er fühlt das Feuerzeug im Hosensack, hört den Schaum zischen und genießt bereits den bitteren Geschmack auf der Zunge in Gedanken. Die Straßenbahn setzt sich aus der Endschleife in Bewegung. Im letzten Abteil sitzt Eduard Albert Ruzsa im Hopfendunst mit seligem Lächeln. Heute waren es noch einige Parkbesucher hinter dem Stacheldraht. Zu dumm, wenn man die Hinweisschilder neben den unzähligen Verbotstafeln, das werden auch von Jahr zu Jahr mehr. Nicht Skaten, nicht Radeln, kein Ghetto-Blaster, keine Hunde, kein Wildfüttern oder mit dem Handyblitz erschrecken, nicht die Wege verlassen, kein Grün ausschrupfen, nicht grillen, kein Mist machen, kein gar nichts auf öffentlichem Grüngrund. Nicht beachtet. Der Wächter nimmt schmunzelnd einen kräftigen Schluck. Er genießt seinen Feierabend und überlegt, wie simpel solch eine Software zum Öffnen und Schließen der Parktore wäre. Wie schreibt man überhaupt eine App? Eduard Albert Ruzsa hat leider überhaupt keine Ahnung davon. Er schaut durch den inzwischen gut gefüllten Waggon. Jeder hier drin hält ein Handy vor der Nase oder ist per Kopfhörer mit einem Gerät in seiner Tasche verbunden. Aber wer von denen kann eine App schreiben? Vermutlich alle zwischen Volksschule und Kinderwagen schieben. Warum können seine Kinder das nicht? Die Bahn bremst abrupt mitten auf den Schienen. Eduard verschüttet fast sein Bier. Ein Auto steht schlampig geparkt am Fahrbahnrand und blockiert unter Umständen die Weiterfahrt mit dem Außenspiegel. Der Fahrer steigt aus, begutachtet, ob der Spiegel Schaden nehmen könne, geht lieber kein Risiko ein und verständigt per Funk die Feuerwehr. Zahlreiche Leute mit Einkaufstaschen, Gepäck und Gefährt steigen aus und gehen murrend zu Fuß zur nächsten Station. Das ist auch die Empfehlung des Fahrers über Lautsprecher. Nur Eduard lässt sich sein Bier nicht vergrauen, verweilt im Warmen und ruft dem Fahrer zu, doch die Türen geschlossen zu halten. Bei der elenden Kälte holt man sich sonst noch was. Ein Dienstausfall kann und wird er sich nicht leisten. Ein Dienstausfall kann und wird er sich nicht leisten. Eine Nacht, wenn der Führer ist. Eine Nacht, wenn er sich nicht leisten. Sie können die Türen gerätten, bei der Zeit wird er sich nicht leisten.